einen wunderschönen guten abend wünsche ich ich dachte mir ich werde heute mal wieder ins jenseit gehen mit ein paar älteren apps ich werde auch jetzt gleich mal hier anfangen dauert ein klein momentchen das ist anarion von spain paranormal dankeschön einen wunderschönen guten abend ihr lieben seelen geister entitäten guten abend amy charlotte anna anna hat sie gerade angehalten ja muss ich sie noch mal hochladen ein klein moment anna anna auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dankeschön für die Bestätigung Hallo ihr Lieben Seelen nochmal Ihr könnt gerne mit dieser App arbeiten und sie manipulieren und sich mit mir zu unterhalten Das ist eine spanische App Ich werde sie heute mal ein bisschen ausprobieren Und sehe dann bei der Auswertung was rauskommt Wie viele Seelen sind denn heute bei mir Das ist ein bisschen ausprobieren Wer ist denn heute alles bei mir? Wie viele Seelen sind denn heute bei mir? Ach, ist es schon wieder ausgegangen die Box, komischerweise. Kein Problem, ich werde mal eine andere Box nehmen, die VBE SPB. Aber die Boxen, die VBE SPB. So schaut die aus Da könnt ihr einstellen, Frau, Mann, Radio, Audio. So ihr Lieben, wie geht es euch? Das ist alles in Ordnung. So, das war jetzt Radio, ja. Könnt ihr das manipulieren? So, jetzt werde ich mal was anderes nehmen. Die Paravox. Die andere schaltet sich leider immer wieder aus. Schade eigentlich. Paravox. 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 Die schaut so aus. Hallo, ihr lieben Seelen. Wer ist denn da? Sag mir mal deinen Namen. Ha, 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 ha. Mal ein Echo ein bisschen rausmachen. Pieceu. Sophie ist es dir. Also machen Sie die Vitronik. Aber Februar ist mein Gericht. Untertitelung der Flucht. Wer ist denn alles da? Sag mir mal einen Namen. Kann. Kann. So und noch mal eine ältere, das ist das Ghost Radio. Dankeschön für die Bestätigung. So. Deutsch. Es ist Nonnestag. Das stimmt. Das ist Nonnestag. Das ist Nonnestag. So. 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 Das waren jetzt 5 Apps, die ich hier mal kurz ausprobiert habe. Und zum Schluss werde ich noch mal die Necrophonica nehmen. Ich werde die natürlich auch auswerten. Das waren jetzt fünf ältere Apps, die ich schon früher mal hergenommen habe. Aber dadurch, dass ich sie wahrscheinlich schon lange nicht mehr genommen habe, konnten sie keine Uploads machen. Deswegen ist die eine einfach ausgegangen. Die von Spain Paranormal White Noise, also mit dem Rauschen, finde ich jetzt zu leise. Ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem Altbewährten. Vielleicht lade ich noch mal oder installiere noch mal ein paar ältere Modelle drauf. Ich habe natürlich ein altes Handy, das bis 5,0 Android geht. Und einige neue Apps, die gehen schon von 6 bis 10. Du bist tot? Ja, das weiß ich. Weißt du das auch, dass du tot bist? 1. 1. 1. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 10. Wie viele Seelen sind denn heute bei mir? Mag das jemand sagen? Ich? Wer ist denn ich? Magst du mir deinen Namen sagen? Ich? Du? 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 Du?